hallöchen ist jetzt für den kanal selber machen der mit raten kommentar geschickt hat ich wollte ihn gerade freigeben und habe aber aus versehen auf dem falschen ding geklickt ich habe ihn gelöscht da war ja noch ein link drin zu einem youtube video kannst du bitte den kommentar noch mal schreiben wäre nett das ist jetzt wirklich aus versehen passiert ich wollte den freigeben den kommentar und habe aus versehen auf diesen löschen dings geklickt das ist doch zum heulen gut danke wäre nett wenn du das mal machen würdest